Lithium Leute, ja ich bin mal wieder da mit einem neuen Video, ja es ist natürlich mal wieder nicht ganz so das was ich eigentlich vorhatte, das nächste sollte eigentlich ein Serienkiller Video sein, ich bin dran, aber ja der Arbeitspulli ist aktuell etwas lang gewesen, vor allem gestern, da ist sogar der Montags Livestream ausgefallen deswegen und schwierig ja aktuell, ich dachte ich bin einfach mal wieder uncut, weil sich das ja relativ einfach produzieren lässt, es ist einfach nur drauf losgerede. Die Folge heute wird wahrscheinlich auch nicht so extrem derbelang, obwohl wieder ein paar Sachen passiert sind und ja ich würde einfach mal so drauf lossprechen, vielleicht einfach mal ein bisschen drauf eingehen, was die letzten Wochen so passiert ist. In der letzten Folge habt ihr ja meinen Ohrengrind mitbekommen, ich bin der Tatsache oder der düsteren Dystopie nochmal von der Schippe gesprungen, ein Ohr zu verlieren, also jedenfalls das Äußere, so schlimm war es dann alles insgesamt doch nicht, aber das nächste Unheil lauerte schon. Denn während ich gerade noch so mich darauf vorbereitet habe, zu dem Kontrolltermin wegen dem Ohr zu gehen, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Ja, auf jeden Fall hatte ich da noch einen Kontrolltermin, ein paar Tage später habe ich ja das Antibiotikum genommen, die Zwischenzeit und habe dann mich auf diesen Termin vorbereitet, also aufgestanden und gesagt, okay, mal duschen. Ich bin jemand, der gerne morgens duscht, damit man halt irgendwie gut in den Tag kommt und wach wird und dusche so und schaue so beim Duschen, hast ja den Duschvorhang so um dich herum mehr oder weniger, guckst dann so Richtung Decke und was fällt mir auf? Hm, Flecken, die da wahrscheinlich vorher noch nicht waren. Da denke ich mir so, scheiße, was ist denn das? Habe ich irgendwie das Bad nicht irgendwie gescheit gelüftet oder so? Ist da irgendwie, bildet sich da Schimmel? Werde ich der nächste Lourdes, ja, der in seiner Schimmelfestung haust und das sind die ersten Anzeichen davon? In der Psychiatrie sagt man ja gerne mal, je länger man da halt arbeitet, man nimmt pro Jahr ein Prozent an. Jetzt kann man sich überlegen, dass man sich schon ein paar Prozente angesammelt hat, was das Hayden des Lourdes angeht, ja, vielleicht fängt das dann eben auch so an. Und dann kommt der Schimmel noch mit dazu, dann wird man massiv übergewichtig und der Penis verschwindet und dann ist man ruckzuck an der Stelle, an der man nicht sein wollte. Ja, habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht sein, ja, was sind das für scheiß Flecken? Und man denkt natürlich an seine Mietkaution und dann habe ich mal gedacht, okay, erstmal fertig duschen, ja, und den Termin, den nehme ich ja trotzdem dann gleich wahr, aber ich muss auf jeden Fall mal gucken, was da los ist. Dann habe ich mich sozusagen da erhöht hingestellt und habe dann mal mit der Hand das so befühlt an der Decke und habe festgestellt, fuck, das ist richtig nass, ja. Also da ist richtig die Tapete an der Decke sozusagen, also komplett nass und dachte so, scheiße, kommt das jetzt so vom Duschen? Das kann nicht sein, so lange habe ich doch nicht geduscht, dass da irgendwie so Wasser irgendwie und der Rest der Tapete drumherum ist ja auch trocken, ja. Also was ist da los? Und habe dann mal so ein bisschen dagegen gedrückt und dann kam mir halt Wasser entgegen. Jetzt nicht irgendwie so ein ganzer Schwall, ja, aber es ist durchgetropft, also ordentlich, ja, so wie wenn man jetzt so einen Wasserhahn so minimal aufmacht, dass es ein bisschen mehr als tropft. Also dass es fast schon so ein durchgehender Wasserstrahl ist, also auf Low-Ebene, ja, sozusagen. Und ich denke so, scheiße, okay, Wasserrohrbruch, ja, okay, fuck. Und, ja, bin ich natürlich dann zu den Nachbarn, einen Stockwerk höher gegangen, habe da geklingelt und geklopft, keine Sau da, okay, ja. Ja, gut, okay, aufgegeben, wieder runter, denke ich mir so, okay, was mache ich jetzt, ja, ich meine, was macht man? Es war nicht so dramatisch, dass ich gesagt hätte, okay, ich rufe die Feuerwehr, weil das darf man übrigens, ja, also auch mit 110, ganz regulär, wenn ein richtiger Wasserrohrbruch ist, kannst du die Feuerwehr rufen, ja, weil das ist zwar dann kein Notfall mit Gefahr für Leib und Leben, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber auf jeden Fall, es droht der erhebliche Sachschaden oder wie auch immer, also mehr oder weniger bist du sogar verpflichtet. Also wenn das wirklich krass ist, bei mir war es halt, wie gesagt, nicht so dramatisch, das ist auch, das Wasser ist nur durchgekommen, wenn man so ein bisschen dagegen gedrückt hat, dann ist es halt an so einem, naja, bei den Deckenplatten sozusagen durch so einen kleinen minimalen Schlitz dann so durchgetropft. Und wie krass es dann wirklich war, hat man erst später bemerkt, als dann wirklich Handwerker kamen, die kamen einen Tag später, da habe ich dann jemanden erreicht, der dann kam und die dachten sich so, ja, okay, wir sägen erstmal die Decke auf. Dann haben sie das so aufgesägt, ungefähr so in der Größe von, naja, so wie so ein Pizzakarton ungefähr, ja, also so die Maße, ein bisschen kleiner, wie so ein kleiner Pizzakarton, wenn man so eine Kinderpizza kauft oder whatever, so. Und haben es aufgesägt, dann kam natürlich die ganze Brühe raus. Glücklicherweise haben sie es, oder intelligenterweise, haben sie es direkt über dem Waschbecken aufgesägt, ja, also das war auch nicht unbedingt klar, dass das Wasser auch da ist, ja, aber war in dem Fall so, es ist alles raus, natürlich auch neben dem Waschbecken und so, die ganze, das ganze Dämmmaterial und dieser ganze Scheiß, der dann auch noch drin ist, haben sie da reingeleuchtet, haben dann erstmal nichts gesehen. Das Gute war, an der Stelle muss ich wirklich sagen, dass es Frischwasser war, ja, das hat man an diesen Flecken an der Decke nicht, gesehen, die sahen nämlich auch eher so gelblich-orange aus, da denkst du dir ja auch, ja, hm, nicht, dass das ein Abwasserrohr ist, aber war Frischwasser, ja, und das hat sich halt dadurch, dass es durch diese Dämmmaterialien durch ist, ne, und hat sich halt, da hat es dann irgendwie Farbe gezogen und entsprechend, aber es gibt Leute, ne, die, 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 die kommen nach Hause und das ist halt einer guten Freundin von meiner Freundin passiert, die kam nach Hause, vom Urlaub auch noch und ich meine, ihr kennt das, ja, man kommt nach Hause, war vielleicht eine Woche oder zwei im Urlaub und freut sich dann halt irgendwann auch auf zu Hause, steckt den Schlüssel ins Schloss, dreht die Wohnung, also dreht das Schloss um, öffnet die Wohnungstür und steht halt wirklich knöcheltief im Wasser. Und zwar kein Frischwasser, sondern, ja, Abwasserrohrbruch und dann kannst du im Prinzip eigentlich wieder zumachen und ausziehen in ein Hotel oder woanders hin, weil die Wohnung ist im Arsch und alles, was drin ist, ist auch im Arsch. Und selbst wenn da noch gute Möbel drin sind, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind oder wo nur vielleicht nur so ein bisschen was dran ist, es wird weggeschmissen, ja, das ist kontaminiert. Klar, die Versicherung zahlt das im Endeffekt, aber kannst du direkt vergessen, ja. Bei mir zum Glück war das nicht der Fall, ja, es war halt, wie gesagt, Frischwasser. Die meinten dann, okay, wir sägen das jetzt auf, das Wasser läuft dann da ab und natürlich muss die Quelle auch gefunden werden. Es war so irgendwie so eine, ja, Leitung, die halt Frischwasser in die Wohnung über mir sozusagen bringt und zum Glück war der Nachbar dann da und, ja, dann wurde das überprüft. Zulauf von der Dusche, Ablauf von der Dusche, gut, das ist auch nicht, irgendwelche anderen Sachen, Waschbecken und so weiter und das war dann im Endeffekt so ein Panzerschlauch, der sozusagen von der Wasserleitung frisches Wasser in den Spülkasten geleitet hat. Da war ein minimales kleines Loch und das ist da wohl tagelang rausgesuppt, ja, so lange bis die Zwischendecke halt vollgelaufen war, utopisch, ja. Wie gesagt, das musste ich dann sozusagen noch, ja, alles bewerkstelligen. An dem Tag, als ich es gemerkt habe, wie gesagt, auch noch dieser Ohrenarzttermin, das ist utopisch. Ja, das war im Prinzip das, also man merkt teilweise wirklich, also ich hatte solche Problematiken, hatte ich irgendwie noch nie. Irgendwie liegt hier so ein kleiner Fluch auf dieser Wohnung, habe ich fast das Gefühl, vielleicht ist da mal irgendjemand drin gestorben oder so, weil ich hatte auch schon anfangs, als ich eingezogen bin, leichte Probleme mit dem Ablauf von der Spüle, da ist mir dieser Schlauch, der in die Wand führt, nicht einmal, nicht zweimal, sondern insgesamt dreimal an so einer Verbindungsstelle aufgegangen und ihr könnt euch vorstellen, wie das dann riecht, ja, so, vor allem, wenn du halt da noch nicht lange drin warst in der Wohnung und, also, was heißt nicht lange drin waren, aber wenn da Wasser, also, wenn du am Anfang da noch nicht ganz eingezogen bist, ja, sondern hast jetzt ein paar Möbel reingeräumt, aber schläfst noch nicht in der Wohnung und so, dann steht halt in diesem Schlauch halt auch das Wasser und ihr könnt euch vorstellen, wie das riecht, wenn das dann aufgeht. Also, es ist wirklich scheiße gewesen. Das ist alles beseitigt, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier ein bisschen Internet, ja, die Internetproblematik, da könnt ihr euch auch noch dran erinnern, ja, dass es einen Monat gedauert hat, bis man hier Internet bekommen hat, das war auch absoluter Wahnsinn. Ja, man wird fast zum Lord, ja. Naja, zum Glück ist es nicht irgendwie die verfluchte Schanze oder so, sondern tatsächlich nur eine schöne Wohnung, aber, nee, da muss man gucken. Ja, ansonsten, ja, es tut mir wirklich leid mit dem Stream gestern, also, ich muss mich an der Stelle wirklich entschuldigen, ich dachte, es reicht vollkommen aus, wenn man mal so eine Benachrichtigung in dieses Benachrichtigungssystem bei YouTube reinhämmert, ja, und ich dachte, das dürfte reichen, das kriegt jeder irgendwie angezeigt. Viele haben das ja auch am Handy, ja, und müssten dann eigentlich eine Push-Nachricht bekommen und sehen dann, aha, 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 eben, 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 heute kein Stream, kein Stream, kein Stream, aber war offenbar nicht so. Das mache ich beim nächsten Mal geschickter, auch wenn ich davon ausgehe, dass in der nächsten Zeit kein Stream mehr ausfällt montags, weil, wie gesagt, man kann es ja eigentlich immer vorher abschätzen, so ungefähr. Ja, eine andere Sache ist, dass das dann heute, wie gesagt, was heißt heute, gestern nicht stattfand, dafür Donnerstag nachgeholt wird. Also, für euch, die ihr das heute seht, ist es ja gar nicht mehr so weit hin, also, zwei Tage, ja, Donnerstag, 19 Uhr. Könnt ihr euch dann geben, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ansonsten würde ich fast sagen, wäre es das schon mal gewesen. Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle. Wie gesagt, Serienkiller, das kann ich vielleicht noch ganz kurz an den Schluss stellen. Serienkiller ist halt das Ding. Ich habe relativ gut das Video vorangetrieben, der Skript war weit vorangeschritten und ich muss dazu sagen, ich habe das aus einem Buch, die meisten Infos, die bisher drin sind. Dann habe ich festgestellt, dass es andere Bücher gibt, die diesen Infos widersprechen. Dann habe ich das erst mal aufwendig abgeglichen, weil das sind Sachen, also, der Serienkiller, das kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen, ohne dass es zu arg geleakt ist, der hat sein Unwesen hauptsächlich in den 60er Jahren getrieben. So. Und die Dokumentation und die Verwurstung von solchen Ereignissen, die ist nicht immer kohärent. Und deswegen, ja, gibt es da teilweise unterschiedliche Infos. Ich will natürlich, weil diese Serie halt mein Baby ist, ich will die halt wirklich korrekt abwickeln. Ich will ja nicht sagen, oh, ich habe, oh, nee, Buch, jetzt aber so, also mache ich so. Egal, was andere Leute dann sagen, sondern das soll schon richtig sein. Deswegen habe ich dann noch einen Film herangezogen, den es gibt, also einen Dokumentarfilm, und habe dann festgestellt, oh, das ist aber doch recht viel und ich möchte das gerne ausführlich unterfüttern. Ja, also die Sachen, die ich im Buch habe, die sind, sagen wir mal so, auf so einem semi-zufriedenstellenden Level. Also man könnte daraus ein Video machen, aber es reicht mir und den Ansprüchen sozusagen an diese Serie nicht. Deswegen, ja, wird das einfach ein bisschen länger dauern. Ich glaube, da haben wir dann längerfristig was davon, wenn es wirklich eine gute Folge wird. Und, wie gesagt, ja. Eine andere Sache ist, wenn ihr dieses Buch, wenn euch das interessiert, ich kann es an der Stelle einfach mal verlinken, hat sich für mich halt wirklich bisher bewährt. Ich habe da schon mehrere Fälle daraus entnommen. Es lohnt halt auf jeden Fall. Es ist halt wirklich umfassend. Es sind international vertretene Serienkiller sozusagen. Und dadurch, dass ich es ja jetzt ein paar Mal verwendet habe, kann ich es halt echt jedem empfehlen, der grundsätzlich für das Thema sich interessiert. Wie gesagt, das Video kommt, ich werde am Wochenende spätestens weiter daran arbeiten. Aktuell sitzt der Arbeitspulli etwas straff. Aber ja. Gut. Das soll es an der Stelle dann wirklich mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich finde es auch krass, dass der Kanal insgesamt eigentlich relativ gut läuft, obwohl ich so wenig Content aktuell bringe, wie noch nie. Es ist einfach schön, dass ihr trotzdem irgendwie Bock habt. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch noch. Streams gehen natürlich weiter. Auch wenn der Dresche da nichts mehr liefert. Wir werden uns schon beschäftigen. Es gibt unzählige Themen. Es gibt unzählige Sachen, die man sich noch gemeinsam anschauen kann, die gemeinsam besprochen werden können. Es gibt Themen, die sich aus sich selbst heraus sozusagen ergeben. Also uns wird da nicht langweilig werden. Das wird schön. Ich fühle mich auch gewissermaßen ein bisschen frei. Dass der Digge jetzt erstmal nicht mehr liefern wird. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir dann Donnerstag ausführlich besprechen. Für alle, die Donnerstag keine Zeit haben, wird es den Re-Upload auf dem Zweitkanal dann entsprechend geben. Und genau. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, das hat für viele, die jetzt ein paar offene Fragen hatten, vielleicht ein bisschen was geklärt. Ansonsten ist es vielleicht die ein oder andere Unterhaltung halt einfach, die man sich anhören kann, wenn man Langeweile hat. Ich persönlich profitiere von sowas auch extrem. Ich habe heute Morgen zum Beispiel das neueste Video von Dr. Ol mir angehört. Köstlich. Und daran bemüste ich halt auch der Wert von diesen längeren Videos, die sich Leute dann einfach anhören können, wenn sie auf dem Weg irgendwo hin sind zum Einschlafen, dies, das. Ich glaube, ich werde langsam Podcast-Fan. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert als bei den meisten anderen von euch, schätze ich mal, die sich gerne solche Formate anschauen. Aber ich habe mir letztens auch einige Sachen nochmal von Imp angeschaut. Generell, also es ist ein Traum. Also Podcasts sind wirklich ein unterschätztes Medium. Können wir vorstellen, dass es auch in Zukunft bei mir ein bisschen mehr in so eine Richtung geht, wenn mit dem Dicken halt so gar nichts mehr los ist, wovon wir aber eigentlich nicht ausgehen sollten. Gut, damit wäre es das für mich für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Gefühlt das dritte Mal, dass ich das heute sage. Und ja, das soll es gewesen sein. Haut rein. Tschüss.